soo und hallo Leute und willkommen auf einem Channel Chupacabra LP ich bin zwar wieder Chupacabra und heute machen wir wieder Borderlands joo wieder Borderlands, da ich leider die letzten Tage nicht im Stande war ein paar Folgen aufzunehmen und deswegen versuche ich das jetzt nachzuholen hier ist mal ein Elite Maurer der in die Wand packt und ich nichts dagegen machen kann hier bin ich das einmal gestorben und ja das ist alles was man zur letzten Folge sagen kann und ja dann geht es einmal weiter in das unbekannte Reich des Verderbens habe ich mal den Maurer weggeschossen und laufen wir einmal weiter öffnen diese Briefkasten diesen Briefkasten finden nichts was gibt es hier ein so eine Puppe mit einem äh vor einem Werkzeugkasten auf einem Sessel joo da diese Puppe dann nichts drauf hat und gehen wir weiter öffnen nachher eine Mülltonne und finden Mission hier gibt es noch dieses Mauskabra 3 zu drüber so da finden wir eine Granate werfen wir uns die Granate in die Luft und haben sie ja schon aufgenommen was ist mit der Granate? sie springt auf und so stört die Wacki Sklaven oh die Wacki Sklave springt wir heben sie wir heben sie und gut geht es wo ist die nächste Wacki Sklave ja da sind wir ein paar so so da gibt es noch eine Wacki Sklave so und ja das war es mal mit den Wacki Sklaven dann geht es mal weiter dahin wo es blau blinkt oder so ja da versuchen wir oh da versuchen wir mal reinzukommen einarmiger Bandit so ganz schön so laden wir mal wieder nach versuchen wir mal den einarmigen Bandit mit einer Shotgun wegzuschießen so und tot ist der einarmige Bandit was hatte der denn schönes auf dem Rücken ein Spielautomat wo wir schön unser Geld verpfeifen können und was ist mit diesem Killermauer los? er rennt nur rum und macht gar nichts außer mich ein paar mal anzuhitten aber ja wird mir schön sein und jetzt versteckst du dich da hinter der Wand so tot dann geht es mal weiter hier ein Class Mod wer hat mich jetzt angeschossen wir gehen mal nach oben zu dem Mann der mich angeschossen hat hallo ja du hast mich angeschossen und willst wegrennen? heute nicht so geht das nicht so okay ich sollte mal wieder nochmal reden das ist eigentlich crazy shit was hier abgeht aber ja wie dem wasser haben wir noch mehr Riedeum weil nice oh what oh 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 mein Schild ist schon durchbrochen nein das geht's doch nicht mal Lappen hihihi hm ich hab mich denn angehittet ah der Schnucki plop 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 lol die Kämpfe um dein Leben was geht ab ich bin tot ich bin tot tatsächlich ah nein nein da gibt's auch was nein ich hab daneben geschossen nein okay ich bin wieder gestorben das riecht mich jetzt hart hart auf tut mir leid aber so geht das jetzt nicht okay das riecht mich jetzt auf das trägt mich jetzt sehr auf dass der mich weg gehauen hat hm teuer hat etwa erhält waffenfähigkeit eines bestimmten herstellers lol hm komm ich mal du hast ein eridisches Artefakt gefunden Artefakte verschaffen dir kleine Boni für bestimmte Aspekte deines Charakters es gibt viele verschiedene Arten von Artefakten versuche das zu finden das am besten zu deinem Spielstil passt ok ok wir spielen mal eine Runde lopp und haben wir was erreichen wir uns nein wir haben nichts bekommen so geht ab plopp tot die Mauer so so jetzt reicht es mir irgendwie hart mit diesem Mauer runter die Nervs ne die Nerven hart so Pistolen Munition ist voll komm spüren wir noch eine Runde einfach nur damit ich das Geld verschwenden kann oh ja nice viel Erregung lol ah das hat mich also copter du scheiß copter hast mich also weggeschossen vorher ok jetzt reicht es mir mit dir du scheiß copter alter mit dir auch blöder copter so weg ah copter was willst du denn machen ne wer schießt mich eigentlich noch ab außer der copter oh Prozent ich ziehle nicht nein bist du nicht du musst er copter treffen der Lappen es es und tot wie er es so geht das ach jetzt spielen wir noch mal weil wir schon das Eridien bekommen haben zauern wir mal noch eine Runde und ha n n n n so es gibt es das ist jetzt ohne es nennen n 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 aber diesmal war es nichts komm einmal noch einmal noch einmal noch man kann sich ja nicht sicher sein oh no, schade was will diese Kopf was wollen diese Kopf denn hier so, tot endlich oh, da habe ich mal eine bessere Sniper bekommen als meine hier 67 Schaden ist doch nichts hier, 207 Schaden lol obwohl das eigentlich ich muss mal reden Dings dran, 70 mal sieben mal drei lol lol so so laden wir mal kurz nach noch der nächste, kommt wieder ups ja, endlich, wie viele Kopter gibt das eigentlich? ach, jetzt reicht's mir, jetzt reicht's mir dieser Kopterkampf, Alter das sind ja unendliche oder? endlich, so ja ja lol laden wir mal nach schauen wir mal, was es hier drinnen alles so gibt es war nicht, Türen, nichts 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 und hab oh so baggen wir uns mal so durch, jetzt naa da unten soll es sein ich schieße sogar noch besser, wenn ich besoffen bin, lol ich schieße sogar noch besser, wenn ich besoffen bin, lol das geht mit dem ab, ah weil ich nicht treffen kann hm als ob, Alter so hm ich hab noch eins ok das girl ist ein bisschen a little bit crazy, oder wie? hallo hm hm ach, ich wollte nur so ein paar mal schießen hm hm, gibt's hier nicht was da oben gibt's ein paar Kisten hallo ha jetzt kann ich eine Woche mein Trucki putzen, wenn sich das so tot na, wie schöne das Slack von dort oben ne hm hm da gibt's noch was da gibt's noch was schönes wir sind nicht nur bei 20 Minuten nein, wir sind ja erst bei 10 Minuten an nicht komm 20 Minuten wären ein bisschen zu viel so hm jumpen wir mal da hin und nehmen unsere da steht da besser für den Körper als je das Blaze Boo hm hm ok was ist das für ne Höhle ach so dass ist diese Höhle mit dem ja Elektrozaun oder was das sein soll ok wie ich mit dem Roboter weil man nicht zielen kann die neue Sniper ah einfach nur ja wieder mal schlecht ich hab dafür nur 255 Gold hingeprettert und die Sniper kostet 500 irgendwie dann suchen wir mal wieder den Eingang das ist ja 100 und ja ja nicht nur ziel 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 z z op ja die einfach weg hat wie nichts das ist schön hier könnte man einfach alle sekunden weil er die überfall hin hilft sollte noch mal reingehen oder zu klar oder überschritte ich mag zunten es gibt mehrere von diesen banditen die so sache auf dem rücken zu ja normalen folterer ich schaffe es auch ohne es geht auch weg der Goliath so weg ist der Goliath ich hab dem Goliath einen Hater gegeben ich soll es möglich sein diese Schottkamp nichts treffen dann einfach nichts 34 Zielgenauigkeit nur wenig sehr wenig so auch die Tiny Tina die Künfte das wird super ich hab nichts für dich z ist ja ich muss ich allein sein am Loll okay ich bin eine TK ich bin voller Blut und so hier ist mein Henkel wo muss ich jetzt hin Ich muss mal was warten. Wie die singen kann. Loll, nimm diese Damen auf. Aufnehmen. Nimm die Damen einfach nahe der Schienen ab und mach sie scharf! Guter Plan? Welche Schienen? Platze T- Okay. Platziere Tinas Damen. Loll. Das wird mal schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja genau und jetzt explodiert, wo ich daneben vorbei bin. Sehr schön. Das sind so Minen oder so. Oder was soll das sein? Ja. Warte. Okay, dort muss ich sie platzieren. Loll. Hallo. Der hatte sowieso nichts drauf. Der hatte sowieso nichts drauf. Der hatte sowieso nichts drauf. Ja, also. Ich bitte mal. So. Dankeschön. Hunter. So. So. Komm raus. Tod. So. Äh. Endlich. Endlich. So. Sorry, dass ich gerade nicht reden konnte, weil ich mich ein bisschen konzentriert habe. In diesen vielen blöden Gegenden da. Ja. Ja. Das legt einfach nur manchmal einfach mal auf. Ja. Was geht mit dir ab? Lol. Beutezwerg. Okay. Auch schön. Nichts getroffen. Okay. Warum muss ich nach oben? Ah. Warte. Hier gibt's nur noch Waffen. Wow. Sogar Lila. Hohoho. Lol. Hätte ich nur mit SMG spielen, Alter. Die sind irgendwie zu arg, die SMGs. Und einfach nur schnell schießen und dann einfach nur alle weg. Protzen, was die sehen. So. Okay, die Platzierung. Stopse sie einfach in den Bauch, wenn ich den Sprengstoff hochjagen soll. Ich muss ihn veranzünden. Oh. Hoppla. Ich höre den Zug. Er kommt. Ach. Ja. 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 Hä? Ha. 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 Tja, das ist auch eine Möglichkeit, einen Zug zu highjacken. Der Kammerschlüssel ist noch auf dem Ice-Shelf. Klettere auf das Wrack, um ranzukommen. Nimm das Rohr auf den Zug. Denn sonst gibt's was vor dem Bug. Das ist ein Rapsong von mir. Ach lol. Das ist einfach nur crazy shit, was hier abgeht. crazy shit bevor wir hier nicht zu gehen wenn ich mal diese war und wir sehen uns dann beim nächsten mal